Ich stehe hier gerade vor Bordefree Schule in Preschevo. Hier lernen gerade Flüchtende Englisch und Deutsch und das ist nur dank eurer Unterstützung möglich. Ich möchte mich deswegen ganz herzlich bei Musik mit Herz bedanken. Die Leute, die wir machen, für den Menschen, die wir machen. Wir brauchen die viele Menschen, die wir machen. Was ist das für die Menschen? Ich möchte dich im Kuchen an. Ich möchte mich mit Herz beenden. Es ist nur das, was ich? Musik. 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 Musik mit Herz! Wir möchten aber nicht weiter stören und lassen sie weiter lernen. Ich danke euch ganz herzlich für die Unterstützung. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich.